Fasmo-Phobia. Let's play together. Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ja, meine Freunde, eine neue Folge Fasmo-Phobia. Ich wollte jetzt diesen Monat nicht nur drei Stück bringen, keine Angst. Und ich habe euch im letzten Video versprochen, mal etwas mehr zu den Maps zu sagen. Es ist gar nicht so einfach, die Anzahl zu bestimmen, denn es gibt so gesehen ein Street House, ein Farmhouse, eine High School, ein Gefängnis, also Prison und ein Asylum, also eine Irrenanstalt. Nur bei manchen Maps ist es eben so, dass diese Variationen haben. Das müsst ihr euch ein bisschen vorstellen wie, ich weiß nicht, ob ihr das Spiel Dead by Daylight kennt. Da gibt es ja auch zum Beispiel die Map Schrottplatz oder Macmillan Anwesen und davon eben verschiedene Variationen. Und so ist es eben teilweise bei Fasmo-Phobia auch. So gibt es vom Street House oder auch Road House, das ist zwar vom Namen her unterschiedlich, es ist aber sich sehr ähnlich, gibt es drei Variationen. Da gibt es das Tanglewood Street House, das Edgefield Street House und das Ridgeview Road House. Dann gibt es noch das Farmhouse, davon gibt es zwei Variationen, das Grafton Farmhouse und das Blisdale Farmhouse. Naja und von den etwas größeren Maps, da gibt es keine Variationen. Das heißt also, so gesehen mit Variationen gibt es acht Maps. Naja und weil ich das zuletzt gesagt habe, ist klar, je größer die Map, desto schwieriger wird es natürlich auch. Das ist so ein indirekter Schwierigkeitsgrad. Warum? Naja, weil man, das hatte ich ja schon gesagt, den Geist erst mal finden muss und je größer die Map, desto schwieriger, desto schneller läuft die Zeit ab. Und wenn man dann natürlich auch noch den tatsächlichen Schwierigkeitsgrad höher stellt oder höher eingestellt bekommt, wird es immer schwieriger. Und die Chance, dass man das Ganze nicht überlebt, wächst natürlich. Exakt aus diesem Grund haben die Maps auch Größenordnungen oder Einstufungen von Klein, Mittel bis Groß und außerdem Spielerempfehlungen. Es gibt nur eine Map, die für einen Spieler empfohlen ist, das ist das Tanglewood Street House. Die anderen beiden Streethäuser und die beiden Farmhäuser sind für zwei Spieler empfohlen. Das sind die Small Maps gewesen. Die beiden Medium Maps, die High School und das Prison, da ist die Empfehlung drei Spieler. Naja, und groß, also large, das Asylum ist für vier Spieler. Es ist nebenbei gesagt, dem Spieler oder den Spielern selbst überlassen, ob sie diese Empfehlungen ernst nehmen. Es sind da keine Grenzen gesetzt. Man kann ein Haus, das für einen Spieler ist, auch zu zweit oder, soweit ich weiß, auch zu dritt oder zu viert betreten. Und man kann genauso gut alleine auch in eine Area gehen, die für vier Spieler ist. Das ist jedem selbst überlassen. Viel mehr gibt es zu den Maps eigentlich nicht zu sagen. Sie sind so gesehen immer gleich, aber natürlich die Gegenstände wie Vija, Bretter oder der Geist selbst sind natürlich immer woanders. Ansonsten, wenn man die Map kennt, kann man da auch regelrecht Map-kundig werden. Und ich glaube, jetzt habe ich erstmal genug erzählt. So viel zu den Maps. Jetzt schicke ich euch in die nächste Investigation. Ich habe es am Anfang recht gut hinbekommen, keine Map doppelt zu spielen. Bisher musste ich auch noch keine Investigation wegschneiden oder rausschneiden. Denn ihr seht es tatsächlich in der Reihenfolge, wie wir es gespielt haben. Heute ist es das Grafton Farmhouse. Und dazu wünsche ich jetzt wie immer viel Grusel und viel Spaß. Also schauen wir mal, was haben wir denn? Foto machen. Dreckiges Wasser. Be careful, you're going in, we're going in. Und geistert sind. Und Gruppen und allein. Das schöne ist, ja. Ja, wie so gehen wir blind rein, was man hier verdammt. Das hilft natürlich sein komisches Temperaturing. Das ist halt eigentlich noch zu stark. Also du kannst ja wirklich damit erkennen, wo der Geist direkt ist. Ja, eben eben. Das ist aber das habe ich halt gemeint, ist ja nicht schlimm, aber das habe ich halt gemeint, wo das vielleicht ein bisschen, der Anfänger-Level ein bisschen arg, ein bisschen einfach macht, aber das ist ja nicht schlimm. Später ist es nach der ersten Mission hast du ja das auch schon. Echt? Echt, das könnte ich jetzt kaufen, oder was? Ja, ja. Weil das muss man doch vorher freischalten. Aber ich mache ja alles rein. Ja, aber ich glaube, das ist so ein Standard-Ding, was du immer... Achso, nein, warte, 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 lass mal kurz gucken, wo der Dings ist. Achso, ja. Ah, der ist da, wo es letztens war. Das lässt mich mal benutzen. Ich würde es auch mal vielleicht gerne mal testen, was dann kann ich mal ableuchten, wo, wo. Also, das mir mal einfach... Aber hä, wir haben doch zwei. Da habe ich will ja nicht, dass beide das gleiche mitnehmen ist doch behindert. Dann nimm du halt irgendwas, was ich... Warum denn, kannst du da schneller suchen? Du läufst oben und ich lauf unten, wenn du... Das ist ja das. Eigentlich nimmt man immer eine Taschenlampe mit. Ja, mach okay. Wenn du so eine starke Taschenlampe mitnimmst, beide... Muss ich da was anmachen? Achso, ein und aus. Okay, ja, ist ja gut von mir aus. Na gut. Hast du eine Taschenlampe mit? Nein. Ach komm, nimm jetzt eine Taschenlampe mit. Okay, sehr gut. Hier unten. Ist das die starke, oder was? Ja, ja, genau. Okay, meinetwegen. Kannst du auch mit T aktivieren, falls du ein anderes Item in der Hand hast. Hupsala, jetzt habe ich G gedrückt. Nein, nein! Was mit T? Ah, cool. Ja, genau. Jetzt Schulterding. Na gut. Ja, genau. Dann gehe ich oben und du gehst unten. Und mir was. Mach ich. Aber ja, meinetwegen. Die Art, die Türen zu öffnen, ist komisch. Ich hatte mal einen Kumpel, da kam gar nicht damit zurecht. Er hat ihn nie richtig aufgemacht. Ja, ja, gedrückt halten. Ich meine, so eine ganze Beheimat bin ich nur, aber da nicht. Ich mach kurz mal Specken. Ich, nicht zackig. Ja, wie soll man da dann Fotos machen, gell? Das ist natürlich... Okay. Du hast wieder gefuckt. Ich, wir müssen funken, sonst höre ich dich nicht. Nee, ich hab ja noch gehabt, mein Vater hat gesagt, äh, schätzt um 5 gibt's Sessen und hat gefuckt. Okay, danke für die Info. Also, oben scheint doch nichts zu sein. Hast du unten schon was? Mhm. Ich hör Schritte, aber... Wobei... Das könnte ich sein. Naja, so wirklich was haben, tue ich nicht. Nee. Gib uns ein Teilchen. Nee, es ist 14 Grad, 13 Grad, aber das... Nee. Keller, das gibt's hier auch, oder? Ja, es ist 14, komm mal her, komm mal her. Wenn ich hier hin leuchte, hab ich genau 9,8 Grad. 10 Grad, 11 Grad, 12 Grad. Der wird hier irgendwo nach Nähe sein. Naja, mir geht's auch so. Aber mehr oben. Ja, 9 Grad. Ja, ich hab auch 9. Aber oben, wenn ich teilweise hochhalte. Doch, wenn ich so an der Decke halte, hab ich 9 Grad. 8 Grad. Der ist oben. Lass mal kurz um. Nee, er ist hier. Hä, 9,6 Grad, 10. Oh nö, der ist im Flur. Ja, der ist jetzt wieder. Ja, dann ist er halt. Hä? Oder aus der Treppe. Wie geht das für mich ein Jahr schon? Ja, dann... Ja, es ist ja wieder warm geworden. Hä, wie geht das? Naja, ich glaub, der hat's... Ja, hier, hier, 8 Grad, 9 Grad, 11 Grad. Ja, okay. Ich höre auch einen Schritt. Der, der ist hier. Der hat die Lampe flackern lassen. Gib uns ein Zeichen. Der steht hier in der Ecke bei dem Bild vermutlich. Aber wieso ist das nicht richtig kalt? Wobei, das könnte natürlich sein, dass es halt kein Kaltgeist ist. Schreib was ins Buch. 7 Grad. 8 Grad. Der ist hier. Ähm, ich wurde angehaucht. Und zwar ganz fies. Ja, jetzt weißt du, wie ich's meine. Oh mein Gott. Das kam aber von da, wo du stehst, gell? Echt? Mhm. Weil hier ist eigentlich die niedrige Temperatur. Ja, aber das kam von der Tür. Ich hab hier 7 Grad, wo ich gerade hingeleuchtet hab. Gib uns ein Zeichen. Mal gucken, ob er noch mal haucht. 6 Grad bei mir. 8 Grad, 7. Der ist hier im Eingang. Ja, die Geister bewegen sich tatsächlich. Okay. Warte mal. Schreib mal ins Buch, süßer. Buch. Wie alt bist du? Ah, er reagiert auf die Spiritbox. Wo bist du? Nicht so könnt. Wo bist du? Wie heißt du? Ich weiß, ich kann nicht sagen. Ich kann er nicht. Ja, ich lass mich doch spielen. Bist du ein Mann oder eine Frau? Männlich oder weiblich? Gar keine Ahnung. Das Telefon klingelt. Und das Licht plackert. Ja, geh ruhig. Passt schon. Kein Thema. Also er hat auf die Box reagiert. Auf die Spiritbox. Das heißt also, das ist schon mal ein Beweis. Ja. Ah ja, warte mal. Das ist schon mal ein Beweis. Geisterbox. Spirit gesperrt. Es ist einfach so viel, was sein kann. Ja, ja. Und es war halt nicht wirklich kalt. Also das kann es nicht sein. Nee, gefriert haben wir schon sonst nicht. Ich nehme mal die Videokamera mit. Okay. Das müssen wir eigentlich noch mal machen. Oh, guck mal. Zeug eines Geistes. Jetzt waren wir schon okay. Waschbecken. Ja, ja. Das Telefon und alles. Ja, nimmst du Fotoapparat mit? Ich nehme auch ein Fotoapparat mit. Ja, Foto habe ich dabei. Ja, im Moment. Videokamera. Okay. Das Spurten ist ein Witz. Also das ist doch kein Spurten. Jetzt spurte ich gerade. Das ist doch nicht gespurtet. Ja, ja. Ach. Ja, das Licht flackert schon wieder da hinten die ganze Zeit. Das hat aber da hinten. Was hat... Warte, sei mal ruhig. Hä, was ist das? Ein Radio? Hä, da läuft ein Radio oben. Ja. Und... Irgendeiner spielt mit diesem... Ja, ich war das. Entschuldigung. Ja, ich würde sagen, wir machen hier mal Quatsch. Hast du diese Taschenlampe mit den Fingerabdrücken? Nee, richtig. Ich habe da... Weil wir hätten dieses Telefon ab... Wir hätten das Telefon ableuchten können. Ich würde das gleich so aufschauen. Ja, ist ja in Ordnung. Ja, von mir aus. Warte mal kurz. Hier irgendwie vielleicht jetzt... Wo ist das Radio? Ist hier das gerade? Wir müssen aber wenn, dann das Licht ausmachen. Also wenn du unbedingt auch was haben willst. Ich habe mal das Radio ausgemacht. Ist ja nervtötend. Ähm, wo ist der Schalter für das Licht hier? Ah, okay. Das muss auch noch aus, oder? Geht das? Okay, ja, da können wir mal nach... Ich weiß nicht, ob das stört, aber eigentlich... Ich habe... Warte. Fuck. Fuck, jetzt hatte ich gerade den Ausschlag... Äh, der hat ins Buch geschrieben. Oh, ja. Leave, leave or die. Oh, vielen Dank. Ja, ja. Was gerne. Nee, haben sie nicht alle bei mir. Der Letzte hat das nicht gesagt. Okay, also das haben wir... Lass uns mal nach Orbs gucken. Also wir haben jetzt... Was haben wir gesagt? Spirit Box und reingeschrieben. Okay. Ja, Geisterbuch. Also immerhin. Zwei Sachen. Das EMF hat ausgeschlagen. Das könnte ja Dämon-Uni sowas, glaube ich, sein. Das EMF hat halt nicht voll ausgeschlagen. Naja. Sag ich ja. Ich sag ja nur, was es bisher war. Spirit, Dämon, Uni. Bannmalka. Spirit, Dämon, Uni. Mhm. Uni macht EMF 5. Dämon macht gefrierte Mottos. Das kann man ausschließen. Und Spirit. Savage. Ja. Wir brauchen gar nicht nach Geisterhob gucken. Keiner von denen macht Geisterhob. Die eine macht Fingerabdrücke. Ja, dann nehme ich jetzt die Dinge. Ich wette drauf, ich finde welche. Ich wette drauf... E, äh, Uni macht eben F5. Ich wette drauf, ähm, ich lasse mal die normale Taschenlampe da. Wo ist denn die Fingerabdruck-Taschenlampe? Da. Ich gehe jetzt mal... Hä? Hast du denn... Hast du denn normales Licht? Weil ich habe jetzt kein Licht, was? Ja. Okay. Wir finden bestimmt Fingerabdruck... Aber wer war es denn, wenn es Fingerabdrücke ist? Spirit, oder? Ja, genau. Okay. Jetzt hat das Radio wieder angemacht. Ey, die Nervensäge. Jetzt hat das Radio wieder angemacht. Ich gehe mal ans Radio. Am Lichtschalter ganz hin. Da ist aber nichts. Ja, ich komme ja so gut. Ich habe halt gedacht, am Radio könnte ein Fingerabdruck sein. Ja, die hinten am Lichtschalter rumgespielt. Warte, warte. Was ist das hier? Leuchte mal nicht drauf, bitte. Ja, da... Leuchte doch mal nicht drauf. Ja, da ist ein Fingerabdruck. Ich sehe einen Fingerabdruck. Dann mach ich... Da. Fertig. Also nur ein Finger, aber es ist was drauf. Ja, das zählt schon. Wollen wir noch ein Foto von der machen? Ja, aber... Ja. Naja, ich weiß nicht, zurecht. Das heißt, es hat ein bisschen... Ein bisschen triggern, das ist ja. Aber wenn dann, wenn wir an der Tür stehen... Also ist das Bild, oder was? Ist das sicher, oder was? Was soll, ich stehe jetzt auf dem Weg, oder? Na ja. Die Fingerabdrücke ist blöd. Hat sogar gezählt, die Fingerabdrücke, ja. Ja, ja, davon gehe ich aus. Ich habe ja auch draufge... Links... Interaktion habe ich fotografiert. Habe ich? Fingerabdrücke... Okay. Ja, Interaktion ist ja, dass er so ein Buch geschrieben hat. Richtig. Was hatten wir jetzt? Ich habe die Beweise noch nicht eingetragen. Geisterbox oder Spiritbox hatten wir? Geisterbox, Geisterbuch und Fingerabdrücke. Und Fingerabdrücke. Und du hast gesagt, das ist eine Spirit? Ja. Okay. Es ist nur was, es gibt nichts anderes mehr. Ja, ist ja gut. Machen sie ein Foto vom Geist. Könnten auch noch nach dreckiges Wasser gucken. Haben wir ja nicht. Aber Spirit hinterlässt er normalerweise dreckiges Wasser. Nee, deswegen meine ich ja. Also das weiß ich nicht, ob du unbedingt ein Foto machen willst, oder ob wir das so nehmen. Kann vorübergehend gestoppt werden, indem man den Geisterraum ausräuchert. Das heißt, wir könnten eigentlich den Raum ausräuchern. Wir haben ja jetzt schon nur noch 68. Naja, aber guck mal, mein Ding ist auf 70. Na, sind ja die Pillen. Wir haben doch Pillen. Manche verbrauchen die sich nicht, oder was? Na klar, aber wir haben doch vier Stück. Nein, ich meinte doch nach der Mission. Nein, nein, die verbrauchen sich nicht. Du kriegst das alles wieder. Okay, sehr geil. Solange du überlebst. Ja, okay. Foto, habe ich noch einen. Also ich hätte noch eins. Also ein Foto hätte ich noch. Ja, ich habe drei. Also wie heißt die alte? Also ich habe ein Foto von... Nee, das würde ich nicht machen. Ja, aber wie willst du sie dann triggern? Ja, wie willst du sie dann triggern? Nee, aber wir können erstmal dreckiges Wasser schauen, ob die uns dreckiges Wasser macht. Okay, du gehst vor. Ja, danke. Bitte. Das, wenn sie mich anhaucht, dass ich ihn... Pass, pass, pass. Das ist mir wurscht. Oh, süßer. Ja, danke. Hallo. Machst du uns mal dracking-pust? Wo gibt es hier Wasser? Naja, in der Küche. Da, wo du bist. Ja, gerade durch. Da ist das... Ja, da. Da hatte ich aber vorhin, glaube ich, schon geguckt. Aber ist ja nicht schlimm. Aber da ist die Küche. Ich kann es auch wieder neu machen. Das ist ja was. Achso. Ja, dann schau. Nee, das ist nicht. Hier ist sauberes Wasser. Ich glaube nicht, dass das noch... Dann müssen wir weitergeben. Mehr Haaren. Hier, es gibt ein Waschbecken. Das könnte doch drücken. Okay. Hast du keine Taschennappe? Nein. Das ist nicht schlimm. Denn ich nach Haaren aus, ne? Ich wüsste halt, wo noch ein Waschbecken sein soll. So gibt es ja nicht ein Licht. Das Schlafzimmer. Vielleicht ein Badezimmer. Ja, das müsste das Badezimmer sein. Hä, wir hätten jetzt nicht hinter uns ausgemacht. Ja, ein... Ja, sie hat die Sicherung raus. Nee, ist auch normal. Das musst du mich ein bisschen leiten. Ich sehe nichts. Sonst belassen wir da notfalls dabei. Das war von der Treppe aus ganz vorne irgendwie rechts wieder dieses komische Ding, was wir letztens nicht gefunden haben. Weil ich versuche jetzt halt hier hinterher zu laufen, insofern, dass ich sonst nichts sehe. Du brauchst eine Taschennappe, komm. Hol dir jetzt eine Taschennappe und gucke noch mal den Plan an. Okay. Wenn du möchtest. Ja, damit du nicht so blind wirst. Das Problem ist halt... Ja, okay. Von mir aus. Ja, sehe ich ja. Ist ja gut. Das Salz braucht man ja nicht. Ja, ist ja gut. Wann, wann, du. Wir kommen ja hier rein. Da rechts sind die Treppen. Also mittig. Die Treppen. Wir müssen... Vor, rechts. Rechts, links. Rechts. Rechts, links, rechts. Vor, rechts, links, ganz hinten, rechts. Vor, rechts, ganz hinten. Gut, es ist fix im Sack am Ende. Na, ein bisschen schon. Vor, rechts, links, ganz hinten, rechts. Vor. Dann hier rechts, oder? Ja, links. Und dann ganz hinten, weil es gibt zwei rechts. Also das hier. Da. Ach, das haben wir nie gesehen. Ja, da war der letztens wahrscheinlich auch schon. Ja, ich habe es so angemacht. Super. Ja, ist doch egal. Danke für gar nichts. War das nicht das erste Haus, wo wir es auch schon nicht gefunden haben? Ja, ja, deswegen ja. Das war genau dieselbe Stelle. Okay. Naja, ist ja nicht schlimm. Hm. Kannst du uns bitte dreckiges Wasser machen? Zeig dich. Du bist ein Hosen-Scheißer, weißt du das? Kannst du mich ja nicht blocken. Du genauso. Susan Garcia. Sag dich gar nicht. Oh, mein Gott. Oh, sie hat es rechts unten ausgemacht. Susan Garcia. Bin gemein, oder? Komm, zeig dich. Susan Garcia. Oh mein Gott, warum hast du die Tür zugemacht, oder war sie das? Lieber das, aber sie hat sich nur gezeigt. Sie handelt nicht. Ja, du bist... Kann dich vielleicht... Warte mal, könnte ich vielleicht so machen und dann Foto? Ne, geht auch nicht, oder? Doch, da rauskommt. Ja, weil sie ist ja behindert, wenn sie die Tür zugemacht. Also, wenn sie die Tür zugemacht, kann ich ja kein Foto schießen. Das meine ich. Die hat mir die Tür vor der Nase zugehauen. Was denn? Alter, ich bin gerade zusammengezogen, weil sie das Herzklopfen gab. Susan Garcia. Ich glaube, ich bin da zu viel Eier. Susan Garcia. Zeig dich halt. Wildesau. Tja, was meinst du? Was... Nein, ich werde sowieso nicht rein. Ich wollte nach dreckigem Wasser suchen und jetzt hast du dich vers... Dauer gemacht. Ja, wieso, was ist in ihrer Aktivität momentan? Momentan macht sie doch gar nichts. Ja, aber jetzt nicht mehr. Ja, wir haben 10. Nein, die geht da nicht mehr rein. Die ist böse. Also willst du abbrechen oder was? Ja. Ist egal. Die ist böse. Du hast die böse gemacht. Ja, dann brechen wir ab, wenn du die Hosen voll hast. Die macht doch gar nichts mehr. Guck mal, die ist chillig gerade. Da ist nichts, Mann. Ja, das ganze Ganze einfach knicken. Was? Musst du einmal ihren Namen sagen und hieß. Ist denn da irgendwas drauf? Nö. Aber die chillt doch noch. Guck mal. Und unsere Sanity ist auch okay. Ja. Meine in meinem Kopf nicht mehr. Ich dachte, wir kriegen ein Foto hin oder so. Schön, dass du es ohne Vorwahrung gemacht hast. Die hat dann nicht mal gehuntet. Das Licht ist auch wieder an. Sie hat sogar das Licht wieder angemacht. Die ist so nett zu uns. Komm jetzt. Ich weiß nicht, ich ins Hemd. Das Licht ist wieder an. Guck mal, die hat sogar das Licht an gemacht. Die ist voll nett. Ja, aber nicht hinten. Nein, hinten nicht. Wie ist es eigentlich, wie die 2 zufällt? Kriege ich sie denn nie wieder auf, oder? Wenn sie handelt, dann kriegst du die nicht auf. Nein, das ist komplett wie gesperrt. Das setzt du kein Key. Wow. Das heißt, man stirbt auf jeden Fall, oder was? Du kannst wegrennen. Ja, aber wohin bin ich jetzt? Das ist die einzige Möglichkeit. Nein, im Raum rumrennen. Das kannst du definitiv. Weil die handelt ja nur maximal 30 Sekunden. Ach so. Das weiß ich nicht. Dafür 30 Sekunden ist es weg. Ich will da jetzt halt nicht unbedingt reingehen, weil wenn die Tür zufällt, weiß ich halt nicht, was dann ist. Ja, deswegen, ja. Ja, dann gehen wir jetzt, bevor wir irgendwas riskieren. Ich meine, wir wissen ja, was es ist. Wir brauchen uns ja nicht wegwerfen. Dann haben wir eben kein Foto. Weil sie hat so ein bisschen Aktivität. Ich weiß nicht, wie du magst. Also Spirit haben wir gesagt, gell? Ja, sonst ist halt erst mal Schluss jetzt. Wir haben ja rausgefunden, was das ist. Ja, es war anders. Ich habe sogar für Fotos gehalten und alles bekommen. ихmeld. Wir sehen uns ja, wir hören uns ja.